von welchen drei menschen oder quellen hast du im letzten jahr etwas gelernt bzw wem bist du gefolgt drei menschen wäre tony robbins ist immer gut meine frau und mein mentor ich habe eine persönliche mentor schätze sehr 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 und ich höre auf ihm also tony robbins meine frau und mein mentor was war bis jetzt deine beste oder die lohnendste investition die investition in meine beziehung mit meiner frau eine podcast oder buchempfehlung buch würde ich empfehlen podcast sowieso flogast aber als buch würde ich empfehlen rich dad poor dad von robert kiyosaki dein morgen ritual morgen mit kaffee con leche mit viel heiße milch dein abend ritual frisches gemüse kochen musik zum aufstehen oder einschlafen nicht mehr tagsüber jahr auf jeden fall welchen rat würdest du mit erfahrung die du heute hast deinem 20 jährigen ich geben ich würde sagen machen langfristiger plan bau auf deine stärken erkenne dich selber sei flexibel und hat vertrauen in deine eigene fähigkeiten der beste rat aller zeiten ich weiß was ich kann aber noch wichtig ich weiß was ich nicht kann und der schlechteste schlecht ich glaube es war eine finanz investition und das hat überhaupt nicht gelohnt wann hast du herausgefunden was du tun willst ich bin immer noch daran angst vor dem scheitern oft sehr sehr oft aber ich mache es trotzdem was weiß fast niemand über dich dass ich schulgrosse 46 habe dass ich linkshände bin dass ich nicht raucher und vegetarier bin wer ist in deinen augen erfolgreich es hat viele menschen aber ich glaube irgendwelche menschen erfolgreich sind wo die beruflich erfolgreich sind aber persönlich glücklich sind was ist ein antrieb tag für tag das beste daraus zu machen aus meinem leben weil ich weiß es ist sehr kurz und deshalb will ich viel erleben und weitergeben gibt es eins oder vielleicht sogar mehrere zitate nachdem du lebst oder wo du sehr oft daran denkst gibt es viele auf jeden fall macht das beste aus dein leben und lebe jetzt im hier und jetzt dein besser kauf für unter 100 schweizer franken beste kauf beste kauf wäre ein buch das power prinzip von tony robbins was ist für dich glück 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 ist wenn ich im moment bin wenn ich wirklich präsent bin gerade im moment was ist für dich flow flow ist wenn die sachen mir gelingen mit disziplin mit arbeit aber wenn es fließt ohne große blockade ohne große kampf wenn du einen schlechten tag hast was machst du um zurück in den flow zu finden ich habe nicht so oft schlechte tage ehrlich gesagt solange ich gesund bin bleibe ich bin ich oft oft im flow viel mehr flow als nicht im flow die wichtigste entscheidung in deinem leben england zu verlassen bist du gut im nein sagen und wenn ja was ist ein tipp dafür nein ich bin nicht so gut im nein sagen weil ich habe kommen von der gastronomie nicht war immer der gast steht immer vor mir kann ich das haben ja können sie mir das bringen ja also ich bin so gewohnt mit ja ich sage selten nein wovor hast du am meisten angst ich habe angst dass ich dass ich nicht genug zeit habe ziele zu erreichen was schreibst du bei formularen in der spalte beruf speaker trainer coach und mittlerweile auch künstler dein wort zum sonntag mein wort zum sonntag lebe jetzt lebe in hier und jetzt flogast flogast abonniere mein podcast kommentiere und folge mir auf instagram und facebook